Chat, ja, ihr könnt den hier, okay, ihr könnt den hier, ja, und ihr könnt den hier, ja, und dann könnt ihr so wechseln, ja, ist kein Problem, ja, und jetzt macht ihr den, und dann macht ihr den, ja, und dann macht ihr den im Abfixen. Wo ist denn den Fick, ist der hin? Wo ist denn den Fick, ist der hin? Ah! Mikrofon activated. Das war Karo. Twitter einfach para, gucken, was passiert. Okay. Nee, 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 müsst ihr trotzdem warten. Ja, stimmt. Eigentlich so. Ich, ich glaube, wir sind es nicht. Nein, aber, nein, warte mal, was ist, wenn wir den Reaktor machen, rein theoretisch gesehen, also wenn er den Reaktor macht, dann, dann könnte ich ihn ja trotzdem noch töten in der Zeit. Hast du gerade wir gesagt? Hast du gerade wir? Maxi ist es. Nein. Hast du gesagt, wenn wir den Reaktor machen? Also, warte mal jetzt aus der Runde, aus der Runde, aus der Runde, wo Potsi am Admin-Table lag, wer war denn der Leon Kame? Ist aber so ein bisschen dumm. Ja, ich sehe euch so gedämpft, als wenn ihr in so einem Schach drin steckt oder so. Ich gehe mal aus der Kamera raus, könnt ihr mal weiterreden? Hallo, hallo, hallo. Ja, ja, wir reden weiter, wir reden weiter. Ich höre, ich höre Trill nicht mehr übrigens jetzt. Die Wixer, die kleinen Wixer. Also, wenn man in der Kamera drin ist und redet, dann ist man so gedämpft. Die blöden Penner. So, Licht geht jetzt schon aus, in drei, zwei, eins, jetzt! Hey, Leute. Also, Andy, wie kannst du mich so verarschen? Wie kannst du mich so verarschen? Andy, Andy, wie ist das möglich? Also, wie geht das? Ich hab's ja schon gesagt, es war einfach ein unglücklicher Umstände. Ja, aber dass ihr euch auch so bebeten lasst, was ihr wirklich denkt, dass Andy diese ganzen Kills gemacht hat, Andy. Ey, ich hab's sogar noch gesagt, ich dachte bis eben gerade so ein Blesk und Trill. Und dann, Mann, Dalu, Alter, das ist doch schon wieder ekelhaft. Ich würde sehr gerne Timmid jetzt hier raushalten. Ähm. Okay. Karouso und Timmid waren zusammen im Camps. Ähm. Und dann sagen immer Leute, das sind gar wie übel viele Leute. Oh, Dalu. Schnell weg. Dalu, hast du mich immer noch gemutet? Hast du mich immer noch gemutet, Dalu? Dalu. Wer verfolgt mich denn hier? Mann. Dalu, ich hör dich nicht. Bleib tot. Ja, ja, Dalu, ich weiß genau. Dalu, ich hör dich. Oh. Oh. Oh mein Gott. Hat ich mich erschreckt. Barsel läuft mir die ganze Zeit hinterher und sagt nichts. Es geht nur um den Kick. Nein. Entmute mich doch mal, Dalu. Das war auf jeden Fall Labor sind welche. Oh, Lega nicht sehen. Nein! Ich wollte dich safen. Ich wollte dich safen. Ah, scheiß drauf, Däger. Nein! Warum warst du denn? Nein! Tribi! Tribi, nein! Nein! Nein, Tribi! Nein! Nein! Hast du es gesehen, Kosen? Ich habe nichts gesehen. Ich auch nicht. Ich habe auch nichts gesehen. Oh, ey! Oh, ey! Wie jemand ohne Wissen, wie jemand ohne Hausaufgaben zu machen etc. einfach durch den Unterricht kommt. Beste. Oh Mann, ich war so lost. Warte, am Ende des Tages haben wir doch jetzt gerade nur zwei Leute ohne Indizien, ohne irgendwas gewartet. Naja, nee, nee, nee. Tim hat sich dann halt gedacht, okay, er votet halt auf... Also aus Tims Sicht muss er ja mit auf Savine voten. Ja, ja. Habt ihr das nicht gesehen? Also warte, warte, warte. Dann war Vlesk Sheriff? Äh... Hä? Und hat auf Dalo geschossen? Weil Vaso meinte, Dalo Vlesk ist ein Impostor? Ja, das wird sein! Ja, ja, ja. Vlesk war Sheriff und hat auf mich geschossen. Weil er hat am Ende gesagt, auf dein Geheiß oder so ein Shit? Ja, 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 ja. Das war's, das war's. Genau. Also Vlesk war eigentlich der Sheriff. Aber dann ist Mantel nicht Sheriff gewesen, macht ja keinen Sinn. Nein, also wir standen zu dritt an Lifelines und Vlesk hat uns offenbart, dass er Sheriff ist. Und dann hatten die beiden wohl eine Leiche gefunden und wollten Matteo sozusagen als Opfer bringen, indem Matteo einfach dann die Rolle des Sheriffs übernimmt. Und Matteo wurde dann auch in der nächsten Runde gekillt. Dann haben Vlesk und ich uns unterhalten, wer jetzt wirklich der Killer sein könnte. Und für mich waren verdächtig Baso oder Varion. Weil die halt, äh... Und halt, weil Lennart hätte Matteo in Duisburg gekillt. Aber da ist er nicht gestorben. Und es war keiner in den Camps außer Vlesk und Karozo. Wie ist das jetzt? Lagen ist das doch gleich. Ich warte einfach ab. Nee, musst du's irgendwann sagen. Wer ist es denn jetzt? Komm Karozo, schieß los jetzt. Tim Horus. Vlesk, you do the honor. Ach man Leute. Ich glaube, Vlesk kann den On-Camp gar nicht gesehen haben, sogar in den Kill. Jetzt sag doch einfach bitte. Also ich glaube, Vlesk war dafür zu kurz an der Camp, um gesehen zu haben, wer, wer, äh, hier X einfach... Oh, ist die Redezeit vorbei. Ach, ich hab's gewonnen. Alter. Loll. Ist das euer scheiß Anarchy. Ich hab halt einfach nicht gesehen, wer es war. Ich hab's einfach nicht gesehen. Ich hab's einfach nicht gesehen. Und zum Beispiel so richtig so Käse-Sahne-Nudeln haben die, glaube ich, auch gar nicht so. Lol. Chonksy! Chon... Really? Really, Bro? Chonksy wartet, bis die Tür geht, hat den nicht reportet. In der Zeit kommt Katze rausgesprungen und killt noch. Boah, da hatte Katze jetzt übel Glück. Können Sie sich hier auf, könnten Sie sich hier auf die Liege legen, zufällig? Geht das? Dazu muss nicht einer hinlegen. Ich glaub, wir haben ja zwei Leute hier, die das können bestimmt. Legen Sie sich hier auf die Liege! Also ich glaub, Hansi ist ein Proster. Geh mal, stell ich mal hier auf die Liege. Stell ich mal auf die Liege stellen bitte. Da, hier, ne, hier, ja genau, oder so, genau. Ah, naja, fast. Na gut, dann heben wir jetzt mal die Liebeschern. Ähm, Assistentin, haben wir schon mal. Tupfer, bitte. Und den Vorach. Ja, 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 ich hebe Ihnen alles, Herr Doktor. Danke, danke, danke. Aber der Doktor macht schlechte Arbeit, Leute. Halbstopp. Okay, das Knie wurde gefehlt. Halbstopp, der Doktor macht ganz gute Arbeit. Wieder Belehrung. Ha, 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 ha. Stay in the night, stay in the night. Herr Doktor, Herr Doktor. Stay in the night. Stay in the night. Herr Doktor, ich hab eine Frage. Was ist denn? So, Hans, ja. Hallo? Hä, lol? Scheiße. Okay, war obvious. Scheiße. Scheiße. Ja, okay. Aber es war auch, es war auch obvious. Also das war genauso wie erwartet. Ich hab halt gedacht, ich hab halt gedacht, dass, weil ich war so, weil ich war so und, äh, äh, weil ich Baso und, äh, äh, Anni gesehen hab und dann war Baso tot nachher. Deswegen dachte ich halt, okay, Anni hat sie vielleicht getödelt, war falsch. Hocheck hin? Okay, go. Bis zum nächsten Mal.